Beten Sie Ein Aufruf zum Gebet von J.C. Ryle Zweiter Tag Sind Sie ein wahrer Christ? Möchten Sie herausfinden, ob Sie ein wahrer Christ sind? Dann seien Sie versichert, dass meine Frage von höchster Wichtigkeit ist. Beten Sie? Ich frage deshalb, ob Sie beten, weil keine Aufgabe in der Religion so vernachlässigt wird wie das private Gebet. Wir leben in einem Zeitalter religiöser Vielfalt. Es gibt mehr Kirchen als jemals zuvor. Mehr Menschen als jemals zuvor besuchen diese Kirchen. Und trotz all dieser öffentlichen Religiosität glaube ich, dass das persönliche Gebet vernachlässigt wird. Es gehört zu den privaten Aktivitäten zwischen Gott und unserer Seele, die niemand sehen kann. Und deshalb ist auch die Versuchung groß, das Gebet zu übergehen oder wegzulassen. Ich glaube, dass Tausende überhaupt nie ein Wort des Gebets aussprechen. Sie essen, sie trinken, sie schlafen, sie stehen auf, sie gehen zur Arbeit, sie kehren nach Hause zurück, sie atmen die von Gott gegebene Luft, sie betrachten die von Gott geschaffene Sonne, sie laufen auf der Erde Gottes, sie genießen die Gnaden Gottes, sie haben sterbliche Körper, das Gericht und die Ewigkeit liegt vor ihnen, aber sie reden nie mit Gott. Sie leben wie die Tiere, die umkommen. Sie verhalten sich wie Kreaturen ohne Seele. Sie haben dem, in dessen Hand ihr Leben und Atem liegt, nicht ein Wort zu sagen, obwohl sie eines Tages aus seinem Munde ihr endgültiges Urteil empfangen werden. Was für ein schreckliches Szenario! Aber wenn die Geheimnisse der Menschen bekannt wären, was wäre dann? Ich glaube, dass Zehntausende, deren Gebet nicht viel mehr ist als eine reine Formsache, heruntergesagte, vorgegebene Worte ohne einen Gedanken an ihre Bedeutung verwenden. Einige leiern die aus ihrer Kindheit gelernten Gebete herunter. Andere geben sich damit zufrieden, das Glaubensbekenntnis herzusagen und vergessen dabei, dass darin keine Bitten enthalten sind. Wieder andere fügen noch das Vaterunser hinzu, allerdings ohne den geringsten Wunsch, dass diese ernsten Bitten erfüllt werden. Viele, auch jene, die eine gute Form waren, murmeln ihre Gebete abends vor dem Schlafen oder morgens, während sie sich waschen und anziehen. Es kann jemand denken, was er will, aber sie können sicher sein, dass dies in den Augen Gottes kein Beten ist. Worte, die nicht aus dem Herzen kommen, sind genauso nutzlos für unsere Seelen, wie das Trommeln eines Heiden vor seinem Götzen. Wenn das Herz nicht involviert ist, sind vielleicht die Lippen und die Zunge beschäftigt, aber das hört Gott sich nicht an, das zählt nicht als Gebet. Ich habe keinen Zweifel, dass Saulus viele lange Gebete sprach, bevor ihm der Herr auf der Straße nach Damaskus begegnete. Aber zuerst musste sein Herz zerbrochen werden. Überrascht Sie das? Passen Sie auf, und ich werde Ihnen zeigen, dass ich nicht ohne Grund so rede. Empfinden Sie meine Behauptungen übertrieben und nicht gerechtfertigt? Wenn Sie mir noch einmal Ihre Aufmerksamkeit schenken, werde ich Ihnen zeigen, dass ich die Wahrheit sage. Haben Sie vergessen, dass es nicht dem natürlichen Willen eines Menschen entspricht, zu beten? Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Der Herzenswunsch der Menschen ist, sich so weit wie möglich von Gott zu distanzieren und nichts mit ihm zu tun zu haben. Seine Gefühle ihm gegenüber sind nicht Liebe, sondern Angst. Aber warum sollte jemand dann beten, wenn er kein wirkliches Empfinden für die Sünde hat, keine wirklichen geistlichen Bedürfnisse, keinen echten Glauben an die unsichtbare Welt und keinen Wunsch nach Heiligkeit und dem Himmel hat? Die große Mehrheit der Menschen empfindet nichts in Bezug auf diese Dinge. Die große Menge befindet sich auf dem breiten Weg. Darüber kann ich nicht hinwegsehen. Deshalb behaupte ich kühn, nur wenige beten wirklich. Haben Sie vergessen, dass es nicht modern ist, zu beten? Es gehört zu den Dingen, dessen sich nur wenige rühmen wollen. Es gibt Hunderte, die eher gegen einen Vertrag vorgehen oder einer verlorenen Hoffnung nachgehen, als öffentlich zuzugeben, dass sie die Gewohnheit pflegen, zu beten. Tausende, die aus irgendeinem Grund dasselbe Zimmer mit einem Fremden teilen müssen, würden sich zu Bett legen, ohne zu beten. Es ist modern, sich schick anzuziehen, ins Theater zu gehen oder einen klugen und anziehenden Eindruck zu machen, aber nicht zu beten. Das kann ich nicht übersehen. Ich kann nicht einfach übergehen, dass diese Einstellung bei so vielen verbreitet ist. Ich glaube, nur wenige beten. Ist ihnen entfallen, was für ein Leben viele führen? Können wir wirklich glauben, dass Menschen Tag und Nacht gegen die Sünde anbeten, wenn wir sehen, wie sie sich in die Sünde stürzen? Wie kann man annehmen, dass sie gegen die Weltlichkeit anbeten, wenn sie ganz und gar darin aufgehen und damit beschäftigt sind, danach zu trachten? Denken wir wirklich, dass sie Gott für ihren Dienst um Gnade bitten, wenn sie auch nicht den geringsten Wunsch zeigen, ihm überhaupt zu dienen? Oh nein! Es ist ganz eindeutig, dass die Mehrzahl der Menschen entweder nichts von Gott erbitten oder nicht oder nicht meinen, was sie in ihren Bitten sagen, welches auf das Gleiche herauskommt. Gebet und Sünde können nicht in einem Herz verweilen. Das Gebet wird die Sünde verzehren oder die Sünde wird das Gebet ersticken. Darüber kann ich nicht hinwegsehen. Wenn ich mir das Leben der Menschen ansehe, glaube ich, dass nur wenige beten. Haben sie vergessen, wie manche sterben? Wie vielen geht es so, wenn sie dem Tode nahe sind, dass sie Gott gegenüber komplette Fremdlinge sind? Traurigerweise sind sie nicht nur unwissend bezüglich des Evangeliums, sondern auch in Bezug auf die Kraft des Gesprächs mit Gott. Ihre Bemühungen, sich ihm zu nahen, werden von einer schrecklichen Unbeholfenheit und Schüchternheit begleitet. Es scheint so, als ob dies etwas völlig Neues für sie ist. Sie scheinen, Gott erst vorgestellt werden zu müssen, als ob sie niemals zuvor mit ihm geredet hätten. Ich kann mich noch an die Geschichte einer Frau erinnern, die sehr besorgt darum war, dass ein Pastor sie während ihrer letzten Krankheit besuchen sollte. Ihr Wunsch war es, dass er mit ihr beten möge. Als er fragte, für was er beten solle, wusste sie es nicht und konnte keine Antwort geben. Sie war absolut nicht in der Lage, auch nur eine Sache zu nennen, die er für ihre Seele erbitten sollte. Alles, was sie wollte, war ein formuliertes Gebet des Pastors. Ich kann das gut verstehen. Am Todesbett werden die größten Geheimnisse offenbar. Ich kann nicht einfach darüber hinweg gehen, was ich mit kranken und sterbenden Menschen erlebt habe. Auch das veranlasst mich zu glauben, dass nur wenige beten. die ist zu nicht oder die sind . Vielen Dank.